Da ist nämlich eine Nische. Und da kann man sich dran langhangeln. Ja, und hier kann man sich hochziehen, glaube ich. Nee. Doch. Und da liegt auch schon was. Ich würde es gerne nehmen, ja. Oh nein. Oh nein. Ah, das geht. Wir waren nämlich noch nicht ganz drüber. Na ja, gut. Hier geht es auf jeden Fall dann schon mal weiter. Ein Loch. Da geht es auf jeden Fall runter. Aber ich gucke mal, ob ich... Ob hier noch was ist, aber da ist... Nee, da ist nichts mehr. Ah. 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 Ach guck, hier waren wir schon. Ich hatte gerade schon wieder Angst, dass mich da jetzt so ein Biest angreift. Ich habe nämlich nicht mehr sonderlich viel Energie. Ich habe nicht mehr sonderlich. Wow. Hallo, ey, was soll das? Was ist da schon wieder? Oh Mann, ey. Der wohl irgendwann mal stirbt. Epische Musik. Ja, der hat sich jetzt jedenfalls wieder verbrisst. Aber ich denke mal, den haben wir nicht das letzte Mal gesehen. So. Noch einer. Und noch ein Gorilla. Ja, das könnte sich noch ein bisschen hinziehen. Naja, ich gucke erstmal hier rum. Fledermäuse. Alles vorhanden hier. Super. Hier ist die Tür. Und hier ist zu. Naja, vielleicht geht's da raus. Also irgendwann mal. Dann haben diese lustigen Architekten wahrscheinlich den Schalter irgendwo auf die ganz andere Seite von diesem Level gebaut. Das wäre ja nichts Neues. Ich renne noch mal da hinten hin. Vielleicht ist hier ja noch was drin. Fledermäuse. Und ebenfalls eine Tür. Ja, die Kiste ist es nicht. Okay, es ist an jeder Ecke so ein Ding hier. So ein Abschnitt. Naja, hier haben sie die Tür halt oben hingebaut. Warum auch immer. Lauf, weiter. Tja. Ende Gelände. Oh, smitz, mitz. So. Warte das auf. Dann traue ich mich auch glatt hier runter. Hier gibt's dann bestimmt auch irgendwie irgendwo eine Stelle, wo es hoch geht. Oder runter. Das ist tödlich. Und das ist nicht so gut. Also hier kommen wir auf jeden Fall schon mal wieder hoch. Das ist immer sehr beruhigend, wenn man jedenfalls wieder schon mal zurückkommt. Ich suche gerade eine Plattform, wo ich eventuell hier in diesen Hügel hochklettern kann. Da ist wohl was, aber es sieht nicht so aus, als wenn man da hoch kann. Oh, nee. Dieses Loch mal genauer angucken. Nö, es sind offensichtlich nur Stacheln. Aber hier werden wir, glaube ich, noch so ein Loch. Mein nicht gesehen zu haben. Ja. Das ist ein Speicherkristall. Ich weiß auch nicht, warum die hier so verbeult aussehen. Ich glaube, ich werde das Spiel einfach nochmal in die originale PS1 stecken. Ob das da auch so, ja, buggy ist. Tja, das ist jedenfalls noch zu. Was jetzt ein bisschen blöd ist, weil ich hier, glaube ich, nicht wieder rauskomme. Ich muss doch hier irgendwo ein Schall da oben fliegen. Ah, ich gucke nochmal oben. Ich gucke nochmal hier in der Ecke. Ich glaube, da war ich noch gar nicht weiter drin. Äh, 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 lass mich. Ja, no, jetzt, 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 jetzt. Oh, nee. Ja, guck dir deinen Kollegen genau an. Immer wieder spannend. Naja, hier ist auf jeden Fall auch irgendwie nur ein Gitter. Und das ist ebenfalls ziemlich verschlossen. Und hier kann man auch nicht so weiter. Jetzt bin ich so ein bisschen ratlos. Na ja. Gehen wir gerade mal speichern. So, prima gespeichert.